Die vorrangige Aufgabe ist nun das Vertrauen in unsere Institutionen wieder herzustellen, nach innen wie nach außen. Die Österreicherinnen und Österreicher haben ein Recht auf eine Regierung, der sie vertrauen können. Eine Regierung, die in Österreich, in Europa, der ganzen Welt ansehen und Respekt genießt. Meine Damen und Herren, wem immer von den Wählerinnen und Wählern das Vertrauen geschenkt wird, hat sein Amt in Demut auszuüben. Wir brauchen in diesem Sinne einen Neuaufbau des Vertrauens. Dieser Neuaufbau geht in diesem Fall nur mit Neuwahlen und ich verspreche Ihnen, dass ich diesen Neuaufbau mit nach bestem Wissen und Gewissen vorantreiben und begleiten werde.